Hallo, ich bin Jana, ich arbeite bei der HGC und ich zeige euch heute meinen vielseitigen Arbeitsalltag als Detailhandelsfachfrau. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich mich schon von klein auf für Bohrmaschinen und Maschinen verinteressiert habe. Und ich habe auch versucht, meinen Vater zu verkaufen. Bei uns im Detailhandel darfst du verschiedene Arbeiten ausführen. Wir schreiben sehr viel Leiferschein und den Laden auffüllen. Das gehört zu unseren Hauptaufgaben. Die Lieferungen entgegen und sie kontrollieren, machen wir fast täglich. Neue Maschinen zusammenbauen und ein Kassfeld zu gestalten, gehören auch dazu. Und natürlich auch die Kunden bedienen und beraten. Ich habe mich für Tage zu entscheiden, dass ich neben meiner Detailhandelslehre einen Einblick in die restliche Baubranche bekomme. Ausserdem fühle ich mich sehr wohl daran, dass wir ein sehr familiäres Arbeitsklima haben, wir haben eine Du-Kultur und ich bekomme Unterstützung während der Schule und während der Abend natürlich auch. Wenn auch du bei uns in Detailhandeln möchtest, dann solltest du eine offene Person sein, eine schnelle Auffassungsgabe haben und Interesse an der Baubranche haben. Wir als Lehrlinge bei der HGC haben sehr viele verschiedene Benefits. Wir bekommen unsere Schulbücher gezahlt und wir bekommen ein paar Schale von unserem Laptop. Wir haben einen guten Lohn und wir haben Zeit, miteinander zu festen. Hey, wenn dir der Einblick bei der HGC gefallen hat, dann bewirb dich doch bei uns für den Detailhandel. Wir freuen uns auf dich.